Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Wie man vielleicht schon an diesem T-Shirt sehen kann, Moment, geht es heute mal wieder um das Thema Sicherheit. Könnt ihr gerne mal ausprobieren und ich denke, ich werde mal dazu ein Video machen, so ein Rundum-Service für wirklich gut abgesicherte Server und werde auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel von der Diskussion hier mitnehmen. Da können wir ja auch eine Kooperationsserie draus machen. Ja, heute geht es wiederum um das Thema Absichern von Servern und dieses Mal auch wiederum um Firewalls. Jean und Micha haben bereits Videos zu Firewall-Lösungen gemacht. Ich mache heute auch mal was zu Firewall, aber mit IP-Tables und NF-Tables. An dem zusätzlichen Intro und natürlich auch an diesem wunderschönen T-Shirt habt ihr wohl gesehen, dass an diesem Video ein bisschen was anderes ist. Denn dieses Video ist Teil eines gemeinsamen Projektes von Jean, Micha und mir, wo wir verschiedene Aspekte zum Thema Sicherheit behandeln. Da die beiden euch schon zu Firewalls eine ganze Menge erzählt haben und eigentlich die Grundlagen schon sehr gut durchgegangen sind, mache ich das jetzt nicht auch nochmal. So, dann meine typische Über-mich-Seite. Also ich bin der Hauptentwickler vom Softwareverteilungssystem M23. Ich organisiere die Kilo Open Source und Linux Tage. Ich bin Dienstleister zu M23, Linux-freier Software im Allgemeinen. Ich mache Softwareentwicklung, Administration, Online-Schulung. Gibt es jetzt was Neues? Guck da einfach mal auf meiner Seite vorbei. Support, Beratung und letztendlich alles, was irgendwie so mit Linux zu tun hat. Daneben gibt es auch die wöchentliche Live-Sendung von Jean und mir in der Jean und Hauke Show auf dem Linux-Guides-Kanal. Und da ihr diese Serie hier schon kennt oder dieses Video geguckt habt, dazu gibt es noch mehr Videos aus meiner Videoserie Nicht-der-Weisheit letzter Schluss. Das Ganze könnt ihr euch angucken auf Technics oder auf YouTube und da geht es um berufliche und private Projekte von mir. Ja, und zum heutigen Thema. Ich verwende IP-Tables bzw. NF-Tables als Teil meiner grundlegenden Absicherung für meine Server oder auch für Routing-Aufgaben. So, was ist IP-Tables bzw. NF-Tables überhaupt? Das ist ein sehr mächtiges Werkzeug zur Konfiguration von Firewalls und hat sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber leider auch viele Fallstricke. Anders als vielleicht Firewall-D oder andere Firewall-Möglichkeiten sind standardmäßig erstmal alle Verbindungen erlaubt. Vor- oder Nachteil kommt darauf an. Und das ganze IP-Tables-Projekt gibt es jetzt schon ein bisschen länger, seit 1998 sogar schon. Aber seit Mitte 2018 ersetzt das Ganze NF-Tables. NF-Tables ist standardmäßig bei Debian 10 mit dabei, bei Debian 11 natürlich auch. Das Ganze ist direkt im Linux-Körnel enthalten. Das Ganze funktioniert schneller von der Verarbeitungsgeschwindigkeit als IP-Tables. Die haben auch eine Menge am Code verbessert, irgendwelche Duplikate rausgeschmissen. Und das Praktische für euch, wenn ihr jetzt IP-Tables das erste Mal benutzt oder vielleicht auch noch alte Regeln rumliegen habt, könnt ihr die auch weiter benutzen. Denn NF-Tables hat so eine Kompatibilitätsschicht, sodass dieses IP-Tables-Kommando immer noch bereitsteht mit den ganzen Parametern, aber intern das Ganze mit NF-Tables macht. Es gibt auch ein eigenes Programm für NF-Tables, das ist NFT, aber darum soll es hier überhaupt nicht gehen. Kommen wir jetzt erstmal zu den Grundlagen von IP-Tables. Ich werde jetzt immer IP-Tables sagen, auch wenn im Hintergrund NF-Tables da läuft. Aber die Schnittstelle bzw. das Kommandoprogramm, was wir benutzen werden, heißt eben IP-Tables. In IP-Tables werden Regeln als so Ketten angelegt. Darum habe ich das Ganze jetzt Filterketten genannt. Im Englischen heißt das Ganze eben Chains, eben auch Ketten. Da sind diese einzelnen Filter so organisiert wie verschiedene Kettenglieder. Und das Paket, das wird durch den ersten Filter durchgejagt. Wenn es da irgendwie einen Treffer gibt, dann wird es damit bearbeitet. Wenn nicht, dann im zweiten Gliederkette und so weiter, bis es irgendwie einen Treffer gibt. Oder am Ende der Kette eine Standardregel kommt, die sagt eben, ja, das darf eben passieren, wenn da vorher nichts passiert ist. Oder eben das Paket wird verworfen. Also das sind diese Ketten. Das kann man sich wirklich so vorstellen wie so eine Filterkette. Wir können uns erstmal alle Regeln angucken mit IP-Tables-L. Dazu habe ich mir jetzt so ein formschönes Linux Mint besorgt. Ich mache das jetzt einfach hier direkt drauf auf der Maschine. Für Serverumgebung würdet ihr euch mit SSH auf einer anderen Maschine einloggen. Aber prinzipiell ist es genau dasselbe. Ich brauche dafür erstmal Root-Rechte. Die hole ich mir unter so einem Ubuntu und einem Linux Mint mit sudo Bash. Gebe mein Passwort ein. Für Produktivsysteme natürlich sicheres Passwort. Nehmen nicht was, was ihr vier Buchstaben habt. Das Ganze ist in so einer abgesicherten Umgebung bei mir. Und von daher ist das da okay. Aber für Produktivsysteme natürlich was Sicheres wählen. So, IP-Tables-L. Und jetzt haben wir hier die Ausgabe von diesen einzelnen Filterketten. Das eine heißt eben Input. Dann gibt es Forward und Output. Und wir haben so eine Standardpolicy, eine Standardregel, dass alles akzeptiert wird. Also wenn da nichts drin steht, fließen die Pakete von A nach B nach C, ohne dass das Ganze irgendwie durch IP-Tables aufgehalten würde. Also wir haben jetzt hier einmal Input für eingehende Verbindung, Output für ausgehende Verbindung, also für Pakete, die ihr raussendet. Input sind Pakete, die ihr an eurer Netzwerkschnittstelle aufschlagen und Forward sind Weiterleitungen. Das braucht man zum Beispiel für Routing-Aufgaben. Darum soll es aber auch nicht gehen. Und dann kann es auch noch zusätzliche Filterketten geben, wie Fail-to-Bend macht so eine Extra-Filterkette. Und da kann man eben verschiedene noch eintragen. Habe ich mal kursiv gemacht, darum soll es hier nun wirklich überhaupt nicht gehen. Wir haben jetzt an jeder Stelle unserer Filterkette, an jedem einzelnen Glied die Möglichkeit zu sagen, was mit einem Paket geschehen soll. Was jetzt in so ein Raster reinfällt. Wir können sagen Accept. Dann wird ein Paket akzeptiert und diese Filterkette wird beendet. Also das Paket ist in Ordnung, das kann so angenommen werden, alles in Ordnung und da braucht nichts weiter mit getan zu werden. Dann gibt es Reject. Da wird ein Paket komplett abgewiesen und der Sender wird darüber informiert, dass dieses Paket auch wirklich abgewiesen wurde. Und danach wird wiederum die Filterkette beendet. Dann haben wir Drop. Das sorgt dafür, dass das Paket einfach stillschweigend ignoriert wird. Das wird einfach weggeworfen, runtergeschmissen, Drop. Und der Sender wird aber nicht darüber informiert. Und die Filterkette wird dennoch beendet. Also das ist so ein bisschen von der Methode her wie das Tarpit, was Micha auch erklärt hat. So, dass man ja so ein bisschen einen Sender, der irgendwie schabernackt treibt, an der ausgestreckten Hand verhungern lässt. Dann gibt es auch noch als Aktion Log. Da wird ein Paket protokolliert. Da kann man verschiedene Protokolle in Dateien schreiben. Und dann wird diese Filterkette auch fortgesetzt. Um das Logging soll es auch nicht geben. Das ist einfach mal aufgelistet. Das gibt es noch als Möglichkeit. Genauso wie Redirect und verschiedene andere Möglichkeiten von IP-Tables. Man kann halt sehr, sehr viel damit noch machen, was über diese typischen Firewall-Möglichkeiten mit Das Paket darf rein, das darf nicht rein, einfach hinausgeht. Also sehr mächtiges Werkzeug. Das ist das, was ich damit meinte. Dann gibt es grundlegende Parameter. Also das können wir noch als Thema IP-Tables. Und danach kommen verschiedene Parameter. Wir haben ja diese Filterketten-Namen. Also so wie Input, Output, Forward. Und normalerweise hängen wir an diese Kette ein neues Glied an. Das macht dieser Parameter minus großes A. Wir können jetzt über den Parameter minus großes I aber auch sagen, ich möchte jetzt meine Regel an Position 3 oder 1 einhängen in die Kette. Weil ja Regeln, die weiter oben stehen, werden natürlich zuerst beantwortet. Und wenn dann Accept steht, bevor ein Drop kommt, wird das Paket akzeptiert. Ansonsten fliegt es halt raus. Und das kommt nochmal darauf an, was wir vorhaben. Damit können wir auch eine vorhandene Filterkette manipulieren, nochmal abändern. Und wichtig dabei ist, die Positionen von diesen einzelnen Regeln fangen bei 1 an. Also nicht so, wie man es aus der Informatik häufig kennt. Zähler beginnt ab 0. Nein, hier ist es eben 1 ist die erste Position. Muss man wissen. Sonst wundert man sich vielleicht leicht über die Fehlermeldung. Dann haben wir mit S und D, also mit Source und Destination, mit Quelle und Ziel von Paketen, ja von wo ein Paket kommt und wohin ein Paket gesendet werden soll. Das können wir auch nochmal festlegen, wie wir das gerne hätten. Wir können dabei eine einzelne IP-Adresse angeben oder wir können auch ein ganzes Netzwerk angeben. Dann können wir auch noch bestimmen, quasi wieder genauso wie mit Source und Destination, von wo kommt ein Paket oder wohin soll es gesendet werden, mit dem Out-Interface und dem In-Interface, also das Gerät, von dem das Paket gesendet werden soll, beziehungsweise das Gerät, wo das Paket eingegangen ist. Dann gibt es diese Aktionen, die ich schon gezeigt habe und mit dem Parameter Minus J wählen wir halt die Aktion für unsere Filterregel aus. Das J steht für Jump, also die stellen sich halt so vor, da wird in dieser Filterkette gesprungen von einem zum nächsten Lied, beziehungsweise zum Ende von der Kette und dann wird irgendwas ausgeführt und von daher heißt das Minus J Jump. Ja, damit man so eine Filterkette auch wieder komplett löschen kann, gibt es dazu den Parameter Minus großes F und den Filterketten-Namen dahinter. Da kann man sagen Minus F Input, dann wird diese ganze Kette bei Input gelöscht oder wenn man den Namen von dieser Filterkette weglässt, werden einfach alle gelöscht. Also das setzt es zurück auf so einen Standard, also Standard ist eben alles erlauben. Wenn man da sich komplett verbastelt hat, kann man damit was zurücksetzen, entweder alle Filterketten oder eine. Ja, das waren jetzt so einige Parameter, also wirklich die grundlegendsten Parameter, die man so für IP-Tables braucht. Jetzt nochmal so ein bisschen beispielmäßig, wie man das wirklich umsetzt. Als erstes lösche ich jetzt erstmal diese Filterkette, mache Flush, also lösche alles, was drin ist, mit IP-Tables Minus großes F und Input. Dann als nächstes lege ich meine erste Regel an, indem ich sie ans Ende dieser Kette anhänge, Glied 1 in diesem Fall, mit Minus großes A und Input. Und dann möchte ich, dass diese Regel für die lokale virtuelle Schnittstelle LO gilt. Also die wird gebraucht, um intern Daten auszutauschen innerhalb eines Rechners, aber die kommuniziert nicht nach außen und ich möchte einfach, dass dort alle Pakete hin und her fließen können, ohne dass da irgendwas aufgehalten wird. Darum nehme ich diese Regel hier, die wirklich bloß auf dem LO-Gerät funktioniert, Minus I LO und mit Minus J Accept sage ich halt, ja die Aktion ist eben alle Pakete akzeptieren. So, das wäre jetzt meine erste Regel. Dann baue ich mir eine zusätzliche Regel dazu, die alle Pakete innerhalb meines lokalen Testnetzes hier hin und her schieben kann. Also es wird alles erlaubt, was jetzt in meinem Quellnetzwerk 10.0.2.0 und Netzwerkmaske 24 ist und das Ganze, was auf dem Gerät ENP0S3 reinkommt. Und das möchte ich eben auch alles akzeptieren. Und an Punkt 3 meiner Filterkette sage ich jetzt, ja, alles andere, was irgendwie über diese Schnittstelle reinkommt von draußen, das soll einfach mal gedroppt werden. Also keine Rückmeldung an irgendjemanden, Paket einfach weg. So, danach mache ich jetzt mal einen Ping auf meine Webseite. Mal gucken, was da passiert. So, bevor ich jetzt anfange, irgendwelche IP-Tables-Regeln zu setzen, gucke ich erst mal, ob ich meinen eigenen Server überhaupt erreichen kann. Und während ich das Ganze hier mache, könnt ihr mal überlegen, was passiert, wenn ich jetzt diese IP-Tables-Regeln, die ich da schon mal vorgestellt habe, so Schritt für Schritt umsetze. Mal gucken und ihr überlegt schon mal. Also wie man sieht, Internet funktioniert. Der Domain-Name lässt sich auflösen zu eben dieser IP-Adresse. Von daher ist die Welt erst mal in Ordnung. So, jetzt schmeiße ich einfach mal diese ganzen Regeln, die ich schon in der Folie drin hatte, hier mal so rein. Und dann gucken wir mal, was da passiert. Ich habe jetzt diesen ganzen Block eingefügt, mit dem einmal hier die Filterkette für Input komplett leeren, dann auf der lokalen Schnittstelle alles erlauben, dann alles innerhalb von meinem lokalen Testnetz hier auch erlauben. Das ist eben dieser IP-Bereich hier und meine virtuelle Netzwerkschnittstelle. Und dann will ich auch noch alles andere blockieren. So, jetzt letzte Möglichkeit, dass ihr nochmal überlegt, was könnte jetzt passieren? Kann ich meinen Server weiterhin anpingen, ja oder nein? Drei, zwei, eins. Ja, leider nein. Das Problem ist jetzt, der Router, der eben auch innerhalb von meinem Testnetzwerk ist, der ist weiterhin verfügbar. Und eben auch der DNS-Server, der ist auch weiterhin verfügbar. Deswegen geht auch weiterhin hier eben die Namensauflösung zu der IP-Adresse. Aber, da diese IP-Adresse nicht erlaubt ist, also es gibt keine Regel, die diese IP-Adresse explizit erlaubt, ist da jetzt erst mal Ende, weil diese Pakete, die von meinem Server zurückgeschickt werden, eben diese IP-Adresse, ja quasi so als, ja, Aufkleber dran haben, die kommen halt von da und die sind halt nicht erlaubt. Also von daher ist jetzt erst mal Ende. Um das zu beheben, brauchen wir eine zusätzliche Regel, die ich euch auch vorgestellt habe. Die kopiere ich jetzt auch einmal hier rein und füge sie hinterher ein. Jetzt füge ich eben an Stelle 1 von meiner Filterkette diese Ausnahmeregel noch mal hinzu, dass die IP-Adresse von meinem Server eben auch akzeptiert werden soll. Und wenn ich mir das einmal angucke, kann ich mir mit dem, ja, minus großes L einmal angucken, wie die Tabelle im Moment aufgebaut ist. Am Anfang steht eben, dass mein eigener Server, also der wandelt hier eben die IP-Adresse auch gleich in den Hostnamen um, eben auch akzeptiert wird. Und am Ende haben wir eben dieses Drop. Also erst am Ende wird es weggeschmissen. Alle Pakete, die vorher nicht irgendwie akzeptiert wurden. Und von daher müsste das jetzt gehen. So, und wie man sieht, geht es jetzt auch. Neben dieser Tabelle mit den IP-Tables-Regeln, die eben so aussieht, gibt es auch noch den Parameter minus kleines v. Und dann wird das Ganze noch mit ein bisschen ausführlicher. Da steht denn sowas drin, wie, ja, das Eingabegerät. Das ist hier eben meine, ja, virtuelle Netzwerkkarte, die in dieser virtuellen Maschine drin ist. Und wo das rausgehen darf, eben überall hin. Quellpakete, von wo die kommen können. Destination, eben das Ziel, darf eben überall hingehen. Und genauso wie mit den Protokollen hier, also das gilt eben für alle Protokolle. TCP, UDP und ICMP haben wir ja auch noch. Also das ist eben alles damit abgedeckt, weil wir es nicht explizit angegeben haben, dass wir das einschränken wollen auf ein Protokoll. Neben der Eingrenzung durch, ja, Schnittstellen, Gerätenamen, Netzwerkgerätenamen, einzelne IP-Adressen oder ganzen Netzwerken, kann ich jetzt auch Filterregeln dazu machen, welche Ports was dürfen und welche nichts dürfen. Was wir hier machen, ist mit verschiedenen Parametern erst mal zu sagen, was für ein Protokoll wollen wir überhaupt haben. Also mit minus p, kleines p, legen wir erst mal fest, ich möchte TCP haben, ich möchte UDP oder ICMP. Das wird für Ping gebraucht und für ein paar andere Sachen auch noch. Darüber wird erst mal festgelegt, welches Protokoll für meine Filterregel verwendet werden soll. Wenn ich den Parameter minus p weglasse, gilt es halt für alle Protokolle. Dann habe ich hier mit minus minus d-Port und minus minus s-Port, nicht Sport, sondern s-Port, meinen Source und Destination-Port, also meinen Ziel-Port aus der Sicht von ankommenden Paketen. Also mein Ziel-Port, wenn ich jetzt einen SSH-Server betreibe, wäre jetzt 22 oder ich kann auch einen Protokollnamen angeben wie SSH. Und darüber können jetzt Verbindungen angenommen werden von einer IP, von einem Netzwerk oder sonst was oder eben auch abgewiesen werden. Also das macht eben dieser minus minus d-Port. Das ist mein Ziel-Port. Der s-Port, also der Quell-Port, ist wiederum das Gegenstück dazu. Das ist, von welchem Port mir meine Gegenseite im Paket zuschiebt. Das kann hier irgendein Port sein. Im Falle von SSH handeln SSH-Server, der immer auf Port 22 verfügbar ist, und der SSH-Client eine eigene Verbindung aus. Und der SSH-Client, der sendet vielleicht auf einer ganz anderen Port-Adresse oder sehr höchstwahrscheinlich auf einer anderen. Keine Ahnung, 5948, irgendwas so. Und von daher kann ich bei einigen Protokollen das eben auch noch mit dem S-Port eingrenzen. Neben dem einzelnen Angeben von Port-Adressen mit D-Port und S-Port, kann ich das jetzt auch gleich für mehrere Ports machen, indem ich noch ein S dran hänge, also D-Ports oder S-Ports und dann eine Liste mit verschiedenen Ports, auf die diese Regel halt zutreffen soll. Die kann ich durch Komma trennen. Oder wenn ich einen ganzen Bereich angeben möchte, dann mache ich halt so einen Doppelpunkt dazwischen. Und bei den D-Ports und S-Ports-Parametern brauche ich auch noch so ein Modul, Modus zusätzlich dazu. Mit dem Parameter Minus M kann ich weitere Module aktivieren, die noch zusätzliche Parameter mitbringen. Im Falle von dem D-Ports und S-Ports brauche ich zum Beispiel das Modul Multiport und dann kann ich das erst überhaupt angeben. Also diese zusätzlichen Parameter, die sind quasi nicht im Standardumfang mit dabei. Da muss ich eben noch so ein Modul mit angeben. Ja, im Beispiel habe ich das ja auch nochmal gemacht. Also da habe ich jetzt so eine Regel mir aufgebaut, die TCP-Verbindung auf dem SSH-Port durchlässt und dann eine zweite Regel, die eben verschiedene Ports, also den 80er für HTTP und 443 für verschlüsseltes HTTP einfach durchlässt und dazu alle Ports von 2000 bis 3000. Jetzt füge ich das natürlich auch nochmal in meiner virtuellen Maschine aus. Ich kopiere mir wieder diese beiden Regeln, die ich da vorbereitet habe, in die Zwischenablage und füge sie hier einfach mal ein. und dann gucken wir wieder, ja, wie das aussieht in der Tabelle und dort haben wir eben die zusätzlichen Regeln, die dazugekommen sind mit, wir haben hier den SSH-Port, dass der jetzt eben erlaubt ist und ich sitze zum Glück nicht im Bild und dann haben wir hier unsere Multiport-Angabe, wobei eben dieser Port 80 in entsprechender HTTP umgewandelt ist, 4 für 3 in HTTPS und der Port 2000, das scheint irgendwas mit Cisco-Protokoll zu sein und der 3000er-Port, da gibt es irgendwie keine sprechende Ergänzung für, also bleibt er als Zahl stehen. Natürlich machen die beiden hinteren Regeln hier nicht wirklich viel Sinn, denn sie kommen nach dem Drop. Da gucken wir uns gleich auch nochmal an, was man da jetzt machen kann und da gibt es jetzt erst nochmal eine Folie zu. Wie wir das auch schon bei anderen Firewall-Lösungen gesehen haben, gibt es meistens so eine Mechanik, um das Ganze irgendwie abzuspeichern, denn normalerweise sind diese Firewall-Regeln, die man jetzt so über ein Tool gesetzt hat, erst mal flüchtig, also sie sind nicht permanent. Nach dem nächsten Neustart von dem System sind sie auf jeden Fall weg. Bei IP-Tables ist es ähnlich. Wir können jetzt alle Regeln, die wir jetzt gesammelt haben in unserer Shell-Sitzung, IP-Tables, hier, da und sonstiges, die können wir über IP-Tables-Save, alles zusammengeschrieben, in eine Datei umlenken, über diesen spitzen Pfeil oder uns einfach so ausgeben lassen. Und wir können so ein Regelwerk auch wiederum laden, indem wir durch den spitzen Pfeil in die andere Richtung so eine Datei einlesen und dann sind diese Regeln halt wieder so gesetzt, wie sie vorher drin waren. Wenn man sich auf so einem Debian-Server umguckt, da wird man ja immer noch ETC-Network-Interfaces vorfinden. Das ist eine Konfigurationsdatei, in der festgelegt ist, welche Schnittstellen, welche IP-Adressen haben, ob die per DHCP konfiguriert sind, ob die ja statisch konfiguriert sind. Und dann gibt es auch so Unterpunkte, wo man verschiedene Befehle noch ausführen kann. Da gibt es zum Beispiel Up, dann wird, wenn diese Netzwerkschnittstelle hochgefahren ist oder beim Hochfahren, kann man dann noch Programme damit starten. Und wenn man jetzt so ein IP-Tables-Restore und dann diese Datei wieder einliest, dann hat man auch gleich diese Netzwerkregeln, wie ja da. Und dann gibt es auch noch Post-Up. Da kann man es auch nochmal mit eintragen. Ich habe das bei mir so gemacht, für so einen WLAN-Router, den ich damit abgesichert habe. Da brauchte ich es irgendwie an beiden Stellen. Ob man es immer braucht, weiß ich nicht. Ich würde es einfach doppelt drin lassen, hat bis jetzt nie geschadet. Also von daher könnt ihr das höchstwahrscheinlich auch so übernehmen. Schauen wir uns jetzt mal an, was so ein IP-Tables-Safe an Informationen ausgibt. Da stehen jetzt so die verschiedenen Regeln, die wir eingetragen haben, eben auch in der Reihenfolge, wie wir sie eingetragen haben, drin. Und dabei wird eben das IP-Tables, das Kommando, eben nicht mit vorgesetzt. Also es beginnt mit diesem Append hier an den Input-Chain, an diese Kette. Und da stehen die verschiedenen Sachen drin, die wir auch schon kennen. Wenn wir das jetzt umleiten in eine Textdatei. Vielleicht mal so. Und da mal reingucken. Steht natürlich genau dasselbe wieder drin, was gerade IP-Tables-Safe auch generiert hat. Und da es eine Textdatei ist, können wir die eben auch einfach editieren. Wir können also zum Beispiel die Reihenfolge ändern. Wenn ich jetzt hier das Drop, ich schneide das einmal aus und füge es wieder ein ans Ende und das Ganze einmal speichere, dann habe ich jetzt hier meine Regelliste in dieser Datei von der Reihenfolge geändert, sodass sie eigentlich mehr Sinn macht. Jetzt kann ich auch mit dem IP-Tables-Restore und mit diesem Pfeil nach da das Ganze wiederum einlesen. Und wenn ich das jetzt einfach mal so mache, kriege ich keine Rückmeldung. Keine Rückmeldung ist immer gut. Ansonsten bei Fehlern gibt es eine Fehlermeldung. Und von daher hat das wohl auch funktioniert. Ich kann auch noch mal gucken, was der Rückgabewert davon ist. Null ist wiederum auch immer gut und alles, was davon abweicht, ist eben Fehlerwert. Und Null haben wir hier gekriegt, also hat das soweit funktioniert. Wenn ich jetzt wieder gucke, wie die Tabelle aufgebaut ist, dann sehe ich jetzt hier, dass sich die Reihenfolge auch geändert hat. Also unsere beiden Regeln, die vorher nach dem Drop kamen, sind jetzt hochgewandert. Das Drop ist eben am Ende. Da haben wir hier eben die SSH-Freigaberegel auf TCP und unsere Multiport-Regel haben wir eben auch davor. Von daher stimmt jetzt die Reihenfolge. Und ja, wir haben jetzt eine Regeldatei, wo das alles soweit stimmt. Ja, wie ich schon an verschiedenen Stellen gesagt habe, IP-Tables bzw. NF-Tables, was ja im Hintergrund läuft, kann noch vieles, vieles, vieles mehr. Hier habe ich noch mal ein paar Sachen aufgelistet, was auch noch so möglich ist. Das ist eine Auswahl von mir. Es geht eben noch viel mehr, als ihr jetzt so rumsteht. Also man kann auch Filter machen nach MAC-Adressen. Also man kann jetzt gezielt irgendwelche Geräte ins Netzwerk reinlassen oder eventuell auch irgendwelche Regeln bauen, damit der Netzwerkverkehr für diese MAC-Adresse irgendwie umgeleitet wird oder sonst was. Wir können auch nach einem Verbindungszustand filtern, zum Beispiel wie Invalid. Da können wir einfach Pakete wegschmeißen oder es gibt auch noch Tabellen. Das ist so ein System, was da auch noch mit bei ist. Bis jetzt haben wir eine Tabelle niemals angegeben. Wir haben damit immer die Tabelle Filter verwendet, also für unsere Filterregeln. Aber es gibt eben auch noch andere Tabellen, zum Beispiel NAT fürs Routing. Damit kann man sich einen Access Point oder einen Router mitbauen. Und da hat man verschiedene Optionen. Man kann zum Beispiel eben Verbindungen, die schon aufgebaut sind, eben weiter verwenden, sodass die nicht im laufenden Betrieb abgebrochen werden. Das ist für dieses NAT und für dieses Routing halt wichtig. Dann gibt es noch dieses Mängel zum Ändern von Paketen. Da kann man die also noch irgendwie umschreiben. Dann gibt es noch RAW zum Definieren von Ausnahmen, sodass Pakete nicht durch andere Regeln irgendwie bearbeitet werden oder weitergeleitet werden. Und dann haben wir noch eine Tabelle für Security, also für Sicherheit. Da kann man jetzt noch Sicherheitsregeln umsetzen. Diese Mandatory Access Control heißt auch wieder Mac, also nicht Mac-Adresse und auch nicht der Computer, sondern eben hier Mandatory Access Control. So was wird zum Beispiel im Zusammenhang mit SE-Linux, sondern ja Sicherheitslösung, um Systeme abzuschotten, auch noch verwendet. Das ist auch noch möglich. Dann zum Thema hier Access Point selber bauen. Ich habe hier, bevor es diese Serie gab, mal einige Artikel geschrieben auf meiner Seite. Die sind auch noch weiterhin verfügbar. Da könnt ihr einfach mal in den Folien, die ich unten verlinkt habe, nachgucken. Und dann habt ihr hier einen Link zu dem Artikel. Da habe ich einfach mal beschrieben, wie ich aus einem Raspberry Pi, einem 1er mit so einem USB-WLAN-Stick, einen Access Point baue. Das ist übrigens eine tolle Ergänzung zu dem Video, was ich da gemacht habe. Dass das neue Raspberry nicht so super toll im Desktop-Modus auf so einem Raspberry 1 läuft. Und dann könnt ihr als Beispiel mit so einem alten Raspberry Pi ein Access Point bauen. Dafür ist das Ding immer noch schnell genug. Und ja, IP-Tables, NF-Tables ist ein relativ großes Thema. Darum habe ich jetzt einfach noch mal ein paar Links hier reingeschmissen. Da könnt ihr einfach mal vorbeigucken, wenn euch das Thema interessiert. Ja, genau. Also man kann eine Menge lernen, man kann eine Menge damit halt machen. Man kann aber auch eine Menge falsch machen. Also guckt euch das mal an, was es sonst noch so für Möglichkeiten gibt und experimentiert einfach mal ein bisschen. Am besten in der geschützten Umgebung, wo ihr noch nichts kaputt machen könnt. Ja, das wäre es denn auch für dieses Mal. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt natürlich auch mal bei den anderen Videos in unserer Sicherheitsserie vorbei. Und ja, macht es nach, macht es nicht nach. Ansonsten abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss. Glocke drücken Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020